Herzlich Willkommen zur neuen Folge der Kardium in Thüringen. Wir machen jetzt die Restdüngerarbeiten fertig. Und dann werden wir das morgen erleben, wie es hell wird. Und dann wird es hell. Ja ne, hab ich schon gesagt, hab ich schon gegrüßt. Noch mal kurz Hallo, Willkommen. Also wir arbeiten jetzt weiter, machen die Düngerarbeiten fertig. Und sobald das erledigt ist, gehen wir auf 60 oder 29, dann werden wir morgen erleben. Dann wird es hell. Und dann beginnen wir mit der Aussage auf Feld Nr. 60 mit Weizen. Feld 12 ist fertig. Eine Fuhraum schon verkauft. Jetzt können wir auf 60 gehen. Im Grunde ist er fertig. 120. Jetzt haben wir die Nacht geschafft. Und fahren wir den Buder zurück. Und dann können wir den gleich bereit machen zum Unkropbekämpfung. Und das heißt bitte, äh, halt, stopp. Schalt die Hirn ein. Wird doch noch nicht hell. Wir müssen immer sehen, dass Unkraut den äußeren Rand erledigt kriegen. Und dann können wir auch noch aussehen. Habe ich gerückt, ja, habe ich. Das heißt aber, siehe, ich kriege dann meinen Timer im Griff. Oh, dann habe ich eine Nachricht gekriegt. Das fallen wir nach oben hier. So, in Ansicht. Aber die nächsten Zerchen ist dann im Hellen. Und dann müssen wir versuchen so einzurichten, dass es in den Hellen war echt dunkel. Das arbeitet sich auch nicht nur, weil die jetzt auch fällt. 38, als ich so spät angefangen habe. Ja, die prinzip, äh, nach dem Flügen sein müssen, na, schaffen wir nicht. Lassen wir es sein. Dann ganz kurz überlegen. Wir starten ja, äh, ja, beides können wir machen. Wir müssen beides machen. Wir müssen den Unkraut bekämpfen. Und die Aussage beginnen, aber er ist Unkraut. Unkraut muss fahren, dann muss laufen, dass er die beiden Runden schafft. Die ersten beiden Runden. Und das andere kann man nachher immer noch machen. Wir wissen, dass das gute Stück. Abstellen. Hier, da kann man abstellen. Jetzt können wir unsere, unbekannt, un, ja, unsere Spritze halt holen, ne. Ist ja so, ne. Ist ja Gift, ist ja für, na ja, das nennt sich hier Pflanzenschutz. Ich habe nur die halbe Wahrheit. Man muss zum Teil schädlinge bekämpfen. Zum anderen Tiere zum Beispiel. Käfer oder sowas. Und zum anderen. Andere soll noch leer. Und zum anderen. Pilze. Pilze. Oder. Ja. Andere Dinge halt, ne. So. So. Wenn der hier voll macht, können wir gleich die Seemaschine klar machen. So. 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 Die Maschine haben wir schon gehabt. So. 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 Okay. Eben. Wenn der fEx, Spitz. Sen Dann drauf. der alte Kurs ist ok, noch keine Situation, bleiben wir mal stehen. Der erste Wegpunkt, das ist richtig sein Wohl. Wir können dann gleich beginnen, unter dessen ist der andere auch voll, haute ich jedenfalls. So, Weizendünger ist voll, passt. Also unser Raps. Dünger sagt man, oh nee. Aber hier werden wir gleich den Kurs laden. Da gibt es keinen Kurs. Da müssen wir noch ein fahren. Wir haben ein Lager, kein Fluss. Das ist leider so. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir können ja noch einen anunterfahren. Dann muss hier die nächste Aussage erfolgen. Nächsten Samstag. Heute nehmen wir. Irgendwo ist hier Vollmond. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Unsere Bäumchen. Na ja. Das sind 200 Stück. Hier werden wir noch einen Aufwand machen. So. Angekommen. Tocken wir aus. Ein Stück hin weiter. Am nächsten. Dann haben wir die Erde geschafft. Weitere sechs Stunden geht da nicht. Ja. Bei Soja fährt mir lustig. Beziehungsweise nicht lustig. Aber noch nicht so weit. Ja. Die BGH. Verdienen wir kein großes Geld mit. Gefällt mir noch nicht. Ein bisschen zu wenig. Auf der anderen Seite haben wir eh fast keine Zeit dafür. Da lohnt sich ja. Muss man höchstens. Wenn man Äther hat. Hat man sowieso Silage. Dann kann man das entsprechend mit betreiben. Vielleicht kann man auch später mal eingreifen. So. Wie gesagt. Erstes müssen wir jetzt in der Führungskraft einfahren. Das heißt. Wir müssen ja vom Feld 38 zum Hof. Unser Flammschutz holen können. Das heißt. Das müssen wir zuerst einfahren. Das muss hier vorne erfolgen. Hier müssen wir anfangen. So. Das heißt. Beginn. Ich mach das nicht ganz so gerne im Dunkeln. Weil ich im Grunde lieber auf der Straße fahre. So wie ich hier den Weg einhalten möchte. Damit sich andere Fahrzeuge sich da nicht. Im Prinzip da nicht parke. Dass keine Fahrzeuge am Weg stehen. Deswegen muss ich immer versuchen die Straßen zu nehmen. Beziehungsweise den Hof den Weg. Damit sich da keine Erquere kommt. Das ist nach Möglichkeit immer schön rechts fahren. Hier muss ich die große Kurve nehmen. Die engen Kurven. Das wird nichts. Das schafft er nicht. Und dann müssen wir ziemlich dicht dran sein. Da vorne sei auch nicht machen können. Aber ich nicht. So. Das müsste eigentlich gehen. Aber nicht halt Pech. So. Jetzt fangen wir zurück. Das Gute ist, dass wir das sehen können, wo er gefahren ist. Normalerweise ist es so, dass wir dann nicht auf den selben Kurs zurückfahren. Wenn die Straße so eng ist. Die. Das eine fällt uns noch nicht gehört. Können wir hier auch nichts groß umbauen. Sonst würde hier eine andere Straße einbauen. Wäre dann so. Bisschen. So. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo die offizielle Feldzufahrt ist. Egal. Äh. Beenden. Speichern. Überführung. Beenden. Ich habe das in der Karte. So. 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 Wo es da ist. So. 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 Machen wir auch kürzer. Führung, äh, 38. Klassenschutz. Klassenschutz. Speichern, Löschern, Anarmodus gehen, Kursgenerierung, 38, drei Bahnen, 36, weich, ja, den müssen wir ausspeichern, sieht ganz gut aus. Zurück. So. Klass. E. Kampen. Schalt. 30. Das ist deswegen, weil das schaffen wir heute nicht und dann sind wir nächste Woche auf den Kurs, falls er nicht da ist, neu laden. Allgemein ist es ganz gut, wenn man es fertig macht. Dann haben wir uns die Arbeit später, ja hier, ÜÜ. Überführung, Feld. Das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt den Überführungskuss, Landenschutz. 1. W-Punkt. Hören wir mal aus. Hören wir mal an. Wir werden, naja, extra Sprit zu kaufen ist auch Quatsch. Und große. Hat ja beim letzten Mal nicht so funktioniert mit den anderen, die ich hatte. kann da jetzt aber schon mal eine weitere Version, die von weit, 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 weit weiter ist. Dann haben wir, da könnte man wieder probieren. Schauen wir mal. Wir gehen da noch zu arbeiten, die Arbeiten schaffen wir noch. Das ist im Grunde wichtig, dass der äußere Bereich, wo schon ziemlich weit gewachsen ist, Stufe 3, da macht das auch Sinn zu bekämpfen. Und auch dann nicht mehr. Er braucht jetzt genau 1 Stunde und 10. Das heißt, die Uhrzeit ist 4.44 Uhr, um 8 Uhr kommt die Stufe. Um 8 Uhr wäre es dann zu spät. Aber wir haben noch ein bisschen, ne? Und hier links ist das schon soweit. Da ist es. Sobald es hell wird, in Anführungszeichen, ist da auch die Stufe da. So, dann schauen wir mal, was unser anderer macht hier. Da werden wir uns. Naja. Da brauchen wir einen Traktor. Oh, da haben wir schon gelb hier. So, da können wir gar nichts machen. Wir haben jetzt noch. Im Grunde passt fertig. So. So liebe Freunde, das war es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war unterhaltsam. Ich hoffe es. Ich würde mich freuen, mein Like. Ich sage schon mal Danke. Auch Danke fürs Reinschauen. Apo für auch schön, wenn jemand Neues reinkommt. Ich hoffe jedenfalls mal, dass der eine oder andere sich entscheidet dafür. So. Dann sage ich mal Tschüss und Winkelwinkel. Und mal schauen, vielleicht sehen wir uns in einer Woche wieder. Haut tschau. Tschüss. Beziehungsweise morgen.